Aber du bist so wie Bruce Willis. Du warst groß in den 80s und jetzt deine alten Schlotten sind mit Ashton Kutcher. Charlie Sheen hat so viel Sex gekauft, dass er seine Kreditkarte unter seinen Ballen hält, um Zeit zu retten. The Roast of Charlie Sheen. Freitag 22.15 Uhr auf Comedy Central.